Yo, what's up friends, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr wisst ganz genau, was abgeht. Dieses Video wird richtig, richtig nice. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Denn dieses Video, ihr habt es gesehen, Thumbnail, Titel und so weiter, wird ein Big Review rund um Essentials Fear of God Spring Summer 22. Ihr wisst, wenn ihr mir bei Instagram folgt, dass ich eine sehr, sehr große Bestellung getätigt habe. Sie ist vorgestern bei mir angekommen. Ich habe einmal kurz reingelunzt, habe alle Sachen so ein bisschen hier publikatorisch gecheckt, ob alles die richtige Größe ist, ob alles überhaupt da ist. Und yes, deswegen will ich jetzt hier genauer drauf eingehen, will euch ein bisschen Informationen geben rund um Essentials Fear of God Spring Summer 22. Was hat sich geändert? Was ist geil? Was ist... Und yes, falls ihr euch fragt, wie ich den ganzen Bums überhaupt bekommen habe, checkt dafür einfach das Video, was ich hier oder da. Aber ich glaube, warte, ist Schriegel verkehrt, deswegen muss ich es hier zeigen. Wahrscheinlich eh falsch, aber egal. Hier könnt ihr das Video abchecken, wie ihr Essentials Fear of God ganz normal über Retail bekommen könnt. Ich habe alles bei Essence gekauft. Ich habe alles in Größe M gekauft. Ihr könnt natürlich auch gerne die Videobeschreibung abchecken, insofern ihr da noch mehr Informationen auf einen Blick haben wollt. Oder ihr könnt mir auch einfach eure Fragen bei Instagram stellen oder auch hier unter das Video schreiben. Ich beantworte sehr, sehr gerne jede mögliche Frage rund um den Versandprozess, den Bestellprozess, wie das halt alles ablaufen würde, wenn ihr über Shippito bestellen würdet, was halt die Alternative zu StockX oder Vinted wäre, wie ihr halt ganz normal Essentials Fear of God über Essence kaufen könnt, also halt über den kanadischen Online-Shop. Yes. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, das Paket ist riesig. Das Paket ist schwer. Deswegen möchte ich auch allzu viel nicht mehr um den heißen Brei reden und möchte euch so schnell wie möglich den Inhalt von diesen ganzen wunderschönen Sachen zeigen. Neun Pieces sind es insgesamt, die ich bestellt habe, über zwei verschiedene Bestellungen, wovon acht Personal für mich sind. Das neunte Piece, beziehungsweise ein Hoodie, ist nicht für mich, der ist für die lieben Stefan. Ich weiß, dass du dieses Video sehen wirst und will, ich krieg keinen Shoutout, dann weißt du Bescheid. Du kannst dir den Bums das nächste Mal selber kaufen, aber ich hoffe natürlich, dass der Hoodie, sofern dieses Video schon online ist, schon bereits bei dir angekommen ist, dass du happy damit bist, dass er dir passt und so weiter und so fort. Oder was tippe ich hier meine Tastatur rein, ja? Jetzt muss ich erstmal hier den ganzen Scheiß wieder löschen. So, Leute, Karton ist empty-dampty und bezüglich der ganzen Versandkosten, Zollumrichtungskosten und was ich richtig nice finde, das weiß ich selber noch nicht, wie das aussehen wird, ich werde im Laufe des Videos wahrscheinlich zum Ende hin so einen Kostenvergleich zu machen von halt all den Kosten von Shippito, die mir entstanden sind, mit Zollumrechnungskosten, Versandkosten und so weiter und so fort, zu StockX, wie halt dort die Kosten aussehen würden, wenn ich mir halt jedes der Pieces einzeln über den Resale, zu den aktuellen Resale-Kursen halt kaufen sollte, wie dann halt dort dieser Kostensvergleich ist, ob halt Shippito die bessere Alternative ist oder ob es vielleicht über StockX günstiger ist. Da habe ich noch gar keinen Plan, von daher bin ich da sehr, sehr, sehr selber drauf gespannt. Ich hoffe natürlich, dass Shippito die günstigere Alternative ist und ganz, ganz, ganz wichtig, das habe ich auch noch komplett vergessen zu erwähnen, ich habe ja gesagt, acht Pieces von der ganzen Kollektion, von den Sachen, die ich mir gekauft habe vor zwei Wochen, sind für mich personal. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich davon mindestens zwei Sachen nicht behalten werde, von daher, checkt auch gerne unten das angepinnte Kommentar von mir, da mache ich nämlich so ein hier, so ein One-to-Sell-Ask. An diejenigen, die eventuell interessiert sind, schreibt mir einfach einen Kommentar oder schreibt mir einfach bei Instagram, ich werde auch anpinnen, wenn das Teil dann Sold-out sein sollte. Was es sein wird, das werdet ihr jetzt hier im Laufe dieses Videos erfahren. Und jetzt, ich glaube, ich habe jetzt zu viel um den heißen Brei geredet, ich zeige euch jetzt erstmal den ersten Bums. Let's go! Beziehungsweise, hold on, no, no, wir starten noch nicht direkt rein ins Review, ich möchte euch vorher noch mit anderen wichtigen Informationen auf die Nerven gehen, nämlich, für all diejenigen, die doch Lust haben und sich doch Sachen kaufen möchten, über Vinted, Grailed oder doch Ebay und hier vielleicht jetzt doch noch eine sichere Quelle mit rausnehmen möchten, ich habe eine Information für euch, sodass ja eventuell nicht abgerippt wird, nicht abgezogen wird und so weiter. Die neuen Dust Bags von der Spring Summer 22 sind nicht mehr beigefarben, wie sie halt von Spring Summer 21 zu Full Winter 21 waren. Davor waren sie ja transparent, ich werde einfach ein Bild hier einblenden, wie halt so die, ja, Bag-Historie von den Dingern ist. Die sind jetzt hier mit der Spring Summer 22 vom ersten Delivery Drop, sind sie jetzt so, ich sage mal, kohlefarbig. Schwarzes Essentials Fear of God auf der Vorderseite und auf der Rückseite halt. Im Endeffekt ist es der gleiche Bag, nur halt, ist ein bisschen dunkler. Hier sind die Produktangaben, Artikelcode und so weiter. Das nochmal ganz wichtig so zur Info und eventuell auch wichtig für euch, sofern ihr Produktbilder seht, bei Vinted oder so weiter und euch die Sachen ein bisschen komisch vorkommen. Das hier ist das Tag, was benutzt wurde, ich meine, von Anbeginn von Essentials Fear of God, also mindestens von Fall Winter 19 bis hin zu Fall Winter 21. Das kennt ihr, glaube ich, hier grau mit diesem Off-White farbigen Ton, was ganz leicht reflektiert. So einer schwarzen Kordel und halt auch so eine schwarze, das ist es, Büroklammer, Büronadel. Die sind jetzt hier mit der Spring Summer 22 anders. Die sind jetzt halt beige mit einem schwarzen Essentials Fear of God drauf, einer weißen Kordel und einer, ja ich sag mal, beigefarbenen oder weißen Büronadel. Bitte fokussiere. Ja, so, hier könnt ihr es besser sehen. Ist jetzt beige und hier die Rückseite, die ist Plain. Hier ist nicht der Sticker drauf, weil der Sticker sollte sich hier entweder drauf befinden oder halt auf diesem Tag, wo bei mir halt jetzt hier Man steht. Das wird sich auch unterscheiden zu den Produkten halt von der Kids-Line und zu der Women-Line. Da sind die Sachen dann halt mit einem Women versehen oder halt mit Kids. Aber hier, ich dachte mir einfach noch, das ist ganz nice to know für diejenigen, die sich etwas kaufen möchten, halt doch über den Resell-Markt und vielleicht sich doch nochmal hier eine Versicherung holen möchten, dass halt die Sachen nicht gefakt sind. So Leute, jetzt aber starten wir rein ins Review. Ich habe keine geplante Reihenfolge, habe keine Ordnung und so weiter. Ihr seht hier selber, das liegt hier kreuz und quer. Aber jetzt starten wir rein ins Review. Wir haben hier auch schon eins der ersten Highlight-Pieces und wir haben nämlich hier die Relaxed Sweatpants in dem Colorway Weed. 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 Ich weiß nicht, wie es in der Kamera zur Geltung kommt, aber der Colorway ist wirklich super schön. Es ist ein sehr, sehr angenehmer Beigeton, super schöne Sweatpants, Fitbilder und so weiter werde ich einblenden. Information for you. Ich habe diese Sweatpants doppelt gekauft. Außer sehen, ich weiß nicht wie. Deswegen einer hier von diesen Colorway wird auf jeden Fall unten angepinnt sein. Falls ihr Interesse daran habt, meldet euch bei mir und so weiter und so fort. Es ist im Endeffekt der gleiche Schnitt. Also wenn ihr Größe M bei den alten Sweatpants habt, geht auf jeden Fall True to Size. Ich bin bei allen Größen True to Size gegangen, bei einer ist es ein bisschen nach hinten losgegangen, aber das werdet ihr gleich sehen. Wir haben hier vorne jetzt nicht mehr nur Essentials als Gummi-Patch draufgeprintet, draufgestickt auf dem Intimbereich, sondern Essentials und kleiner drunter Fear of God. Superschön clean, auch generell die Pants, auch wenn ich sie jetzt gerade ausgepackt habe, hier sind halt ein paar Flusen und so weiter. Ist trotzdem makellos. Jedes Tag, das ist bei allen Produkten, sollte dies halt dran sein. Wir kommen direkt zu einem Punkt, der mich richtig getriggert hat, nämlich ich werde es einblenden von den alten Essentials, Fear of God Produkten. Konnte man ja immer gut daran erkennen, was halt die Fakes sind, was nicht die Fakes sind, weil die Fakes waren halt ein bisschen räudig, was die Verarbeitung angeht von den Tags, von den Carat Tags, von den Size Tags und so weiter und so fort. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das gefällt mir gar nicht so, wie das halt jetzt hier bei der Spring Summer 22 gemacht wurde. Ich finde, das ist ein bisschen billig, weil nämlich bei den Originalen war es so mit von der Frau Winter 20 noch der Fall oder Spring Summer 21, dass halt die Size Tags, die hier und diese Tags hinter der Naht verarbeitet wurden, sodass man halt etwas plain, etwas cleaner einen Look hat. Und das wirkt halt so ein bisschen billig auf mich. So, als hätte man sich einfach so gar keine Mühe gegeben, als hätte man sich, ja, sieht man auch hier sehr, sehr gut. Ich finde, das ist so ein bisschen schlampig. Auch bei den Carat Tags haben wir es hier so, beziehungsweise hier sieht man es noch einigermaßen recht gut, dass es halt hinter der Naht so ein bisschen drin ist. Aber auch hier von den Carat Tags ist es sehr, sehr schlampig geworden. Das gefällt mir nicht. Aber ansonsten ist das wirklich ein super schönes Wetpants. Also ich kann darüber schon den wechseln, weil das halt so ein Trigger ist. Den sieht man halt jetzt nicht, wenn man ihn halt so generell trägt. Kaufen möchten. Auf dem Resale-Markt ist das schon ziemlich scheiße, weil halt die Fakes sehr, sehr nah dann an die Originale halt kommen. Das war jetzt doofes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ansonsten haben wir hier, das ist auch eine neue Sache. Ich weiß nicht, ob sie mich triggert oder ob ich sie nice finde. Wir haben halt hier auf der Relaxed Sweatpants fast tone in tone Essentials Pure of God. Es ist nicht mehr reflective, es ist so, ich sag mal, draufgeprintet auf jeden Fall, draufgedruckt, draufgeklebt, whatever. Superschön, super clean, keine Menge. Aber es fühlt sich an wie ein Schild, also ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Es fühlt sich an, so wie diese, nicht diese raue Seite von so einem Spülschwamm, sondern halt die glatte, weiche Seite. Und das ist halt bei allen Sachen so. Das ist ja auch bei meinem Hoodie, das ist auch bei den Pieces der Fall, wo halt die 1977 draufsteht. Das ist alles das gleiche Material, aber dazu komme ich auf jeden Fall gleich. Fitbilder werdet ihr bereits schon gesehen haben. Ich finde es eine super schöne Farbe. Hier unten die Füße, die Beine sind komplett clean, nirgendwo sonst Print. Wir haben auch hier keine Po-Taschen und deswegen hätten wir auch schon hiermit die Relaxed Sweatpants abgefrühstückt. Ich werde wahrscheinlich dann auch ein paar Wörter weniger zu verlieren zu halt der Farbe in Seafoam, die ich ebenfalls habe als Sweatpants und die Farbe in Iron, weil das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die habe ich gerade an. Nächstes Piece, super schönes Beispiel, was ich gerade gesagt habe, was halt diesen Print angeht, der sich sehr nach Schwamm anfühlt. Wir haben nämlich einmal hier als nächstes den Essentials Spring Summer 2022 Raglan Raglan Crewneck als T-Shirt. Superschönes Teil, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an, wenn ich das jetzt am Anfang so hier fühle. Ich mag den Schnitt auch wirklich sehr, mag die Farbe auch wirklich sehr. Das ist nämlich die Farbe Iron und es ist nicht schwarz, also es ist nicht schwarz-schwarz. Es ist im Endeffekt so, ja, wie soll ich es beschreiben, wenn halt das Licht sehr, sehr gut drauf fällt, ist es auch schon fast ein ganz leichtes Braun. Ihr seht das bei dem Bild von Instagram sehr, sehr gut, weil ich halt die Sweatpants auch in Iron habe und ich werde auch ein Bild einblenden, was halt den Kontrast gut zeigt zu halt den wirklich schwarzen Colorway. Yes, wir haben hier sehr, sehr groß drauf geprintet, diesen Schwamm, diesen Sponge Print, sage ich jetzt einfach mal. 1977, was für das Geburtsjahr steht von Jerry Lorenzo. Ich dachte am Anfang, es wäre halt drauf gestickt, dass halt hier anhand der Zahlen schön feiner Stick ist. Ja, falsch gedacht. Ob das halt irgendwann sich ablösen wird mit der Wäsche, das wird halt nur die Zeit zeigen. Im Kragen sieht es aus, finde ich leider, wie gesagt, immer noch sehr, sehr lieblos, schlampig, ja. Und auch das hier, kann ich direkt schon sagen, ist ein Piece, was halt unten angepinnt in den Kommentaren landen wird, weil nämlich das größte M ist. Wie gesagt, ich habe alles in größte M und das Teil fittet mir ein bisschen zu klein. Ihr seht es anhand der Fit-Bilder, es ist ein bisschen, ich mag den Schnitt einfach nicht, deswegen verkaufe ich das Teil einfach wieder für den Retailpreis, wie ich es auch gezahlt habe. Auch hier typisch so, wie bei so einem Sweatpants, haben wir hier halt einen etwas dickeren Saum als T-Shirt-Öffnung. Hier unten der Saum, auch sehr, sehr nice. Generell finde ich es nicht zu schwer, nicht zu leicht für ein T-Shirt, was halt eigentlich ein Sweatshirt sein sollte. Ich finde den Schnitt einfach nur ein bisschen kacke. Nächstes Teil wäre der 1977 Hoodie in der Farbe Red Wheat, in größte M, mit der 1977 vorne drauf, in diesen Spongeprint. Diesmal nicht in diesen wunderschönen Creme Beige, sondern halt in Schwarz. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Flusen anhänglich. Also man sieht hier auch schon sehr, sehr schnell. Einmal waschen, das Teil ist wahrscheinlich grau. Der Fit vom Pullover hat sich komplett nicht geändert, meiner Meinung nach. Nur, dass halt vielleicht am Handgelenk der Saum ein bisschen weiter geworden ist. Er ist nicht mehr so komplett eng. Was sich aber geändert hat zu den Pulluvern aus den vorherigen Kollektionen, ist, dass wir am Arm beziehungsweise am Handgelenkprint kein Essentials Fear of God mehr im Reflective Print drauf haben. Kannst du hier sehr, sehr gut sehen. Das war ja immer am linken Handgelenk, war immer Essentials Fear of God im Reflective Print drauf geprintet. Ab Dezember 2021 in der Core Collection war das Essentials Fear of God ein bisschen kleiner als halt das Vox Chest Logo. Aber ansonsten ist das halt wirklich, wie gesagt, ich mag die Farbe wirklich sehr. Und was ich super clean finde, ist so dieses eigene Satisfying. Ich finde es super clean, dass halt hier in der Kapuze das Gummi Printing, das Gummi Stitching, fast Tone in Tone ist. Auch in einem sehr, sehr angenehmen Beigeton. Auch Essentials Fear of God sieht man hier sehr, sehr schön. Ist super schön verarbeitet. So Leute, weiter geht's. Nächster Colorway hat mich am meisten überrascht, muss ich ehrlich sagen. Nämlich ist es der Seafoam Colorway. Hier, Relaxed Sweatpants, gleicher Colorway wie halt mein Pullover. Also beides ist Seafoam. Kommt wirklich in der Sonne super krass. Ist sehr, sehr angenehm. Recht, ja ich sag mal jetzt, so eine richtig schöne Frühlings-Sommerfarbe. Wir haben auch hier den Sponge Print in dem gleichen Colorway wie auf der Weed Wet farbigen Relaxed Sweatpants. Auch hier das Gummi Printing. Ja, es ist hier eine kleine Naht, die jetzt abgeht, aber das kann man ganz easy mit dem Vorzeug wegkokeln. Aber jetzt sehr, sehr schöne Sweatpants, sehr, sehr schöner Colorway. Mag ich wirklich sehr. Ich dachte am Anfang so, ja, okay, von den Produktbildern sieht es sehr nach Pistazio aus oder könnte es auch eventuell Moose vielleicht sein. Aber es ist doch, ja, es ist eventuell sogar doch Sage. Wenn ich es jetzt hier eingeblendet habe, seht ihr dann eventuell den Kontrast. Vielleicht einen leichten Vergleich, weil ich nämlich noch einen Sweater von der Fallwinter 20 besitze. So, Leute, vorletztes Teil beziehungsweise eines der letzten Teile, was ich jetzt auch nur ganz kurz in die Kamera zeigen werde, weil nämlich das hier mein zweites Paar von der Essentials Fear of God Relaxed Sweatpants in den Colorway Wet Weed ist, den ich ja bereits schon vorgestellt habe. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich habe das Teil mit Doppel gekauft. Eines davon verkaufe ich. Könnt mir gerne anschreiben, sofern es euch interessiert. So, Leute, und fast zu guter Letzt kommen wir zu dem Teil, was ich, ja, ich habe mich am meisten auf dieses Teil gefreut. Weiß es nicht ganz genau, ob ich es super geil finden soll oder halt doch nicht, aber ich glaube, ich muss es vielleicht ein paar Mal tragen und es ist, glaube ich, auch sehr wetterabhängig. Nämlich fand ich dieses Teil so, so schön, als ich es gesehen habe. Nämlich ist es das Polo. Das Langarm-Polo mit dem weißen Kragen, der beige 1977 drauf. Hinten wieder ganz easy, tone and tone, fast schwarz. Super angenehmer Stoff. Ist fast, also es ist auch der gleiche Stoff wie bei dem Langarm-T-Shirt. Nicht zu dick, nicht zu dünn und ich dachte halt, weil ich nämlich das Ranglan-T-Shirt, Sweatshirt zuerst anprobiert hatte, dachte ich mir so, scheiße, weil das halt der gleiche Stoff sein wird oder ist, wird das Teil mir auch zu klein sein. Aber vom Fit her, ich sage mal, oben komplett rundum ist das wirklich ein sehr, sehr angenehmer Schnitt. Der gefällt mir wirklich sehr und ich mag auch wirklich das halt hier, dieser Kragen halt so ein bisschen. Nicht BWL-Justus, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ein bisschen liggerer, ist ein neues Teil so, weil sonst immer der Kragen tone and tone zum Colorwaver. Er ist halt nur ein bisschen zu lang. Also, er geht sehr, sehr in die Länge und ein bisschen sehr ins Boxige. Fitbits werdet ihr ja wie gesagt alle sehen. Ihr könnt ja mal gerne aber auch eure Meinung zu der ganzen Kollektion unten in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr es, dass es mal endlich ein bisschen Abwechslung reinkam, was die Pants angeht oder auch was die Jacken angeht. Diese Half-Zip-Puffer-Pullover, die sind sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube nur halt ein bisschen hier in Deutschland zu warm, um sie halt wirklich zu tragen, außer die können halt sehr, sehr gut als Winterjacke performen. So, das war im Endeffekt auch das letzte Teil, was ich so richtig gut in die Kamera zeigen kann, weil nämlich die letzten beiden Teile, den Seaforn-Hoodie und die Iron Relax Sweatpants ich gerade anhabe, aber ihr könnt das gerne bei Instagram abchecken. Die Iron Sweatpants ist vom Tragekomfort genauso wie die anderen beiden. Also die Wet fand ich schon an. Die Seaforn werde ich ja, die seht es anhand der Produktbilder, aber ich denke mal, da wird sich nicht sehr viel tun. Der Unterschied zu der Iron Sweatpants ist halt, dass bei dem linken Bein oben nicht Essentials Fear of God steht, sondern eine 1977. Das finde ich ein bisschen kacke. Wäre nice gewesen, wenn eventuell so in diesem schönen Beige-Ton auch Essentials Fear of God dort gestanden hätte, aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja bei dem zweiten, beim dritten Delivery-Job andere Colorways raus. Jo, ansonsten, der Hoodie gefällt mir wirklich sehr gut. Ich mag den wirklich sehr und jetzt wüsste ich nicht, was ich sonst noch alles sagen sollte, beziehungsweise ich werde jetzt, denke ich mal, zu dem Kostenvergleich kommen. Ich werde mich jetzt einfach hier einblenden. Ich weiß es nicht, ob ich mich jetzt freuen darf oder nicht freuen darf, weil halt bei Shippito die Kosten sehr, sehr teuer gewesen sind. Also ich habe, glaube ich, für knapp alle Sachen hier bei Essence ganz normal 900 gezahlt, glaube ich. Dann halt 128 Euro umgerechnet Versand. Bisschen doof, dass ich jetzt im Endeffekt einfach hier das Bild ablese, aber ihr wisst ja Bescheid. Von daher, falls ihr wie gesagt noch nicht wisst, wie ich den ganzen Bums bekommen habe, dann checkt dazu gerne das Video ab, was ich gemacht habe, wie ihr Essentials Fear of God als Europäer, Deutscher oder Engländer halt bekommt und so weiter. Das wäre es im Endeffekt dann auch mit dem Review gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne lasst dem Video ein Like, dann teilt es mit euren Freunden, weil dann sehen wir es so mehr und eventuell für die Leute, die sich auch für Essentials Fear of God interessieren, ist das Video auch, denke ich mal, eine sehr, sehr große Hilfe. Und yes, das wäre es mit dem Video gewesen. Lasst den Kanal gerne ein Abo da, sofern es euch gefallen hat und ihr gerne mehr Videos von mir sehen wollt. Deswegen, sehen wir uns am nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.